Ring 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 Bananaphon Wurfmesser, Rauchgranate, Perk sind egal, Trittbrettfahrer Abschlussserien alles habe ich rausgemacht, ich würde sagen Spiel starten Intel Intel Core i7 Prozessor sagt, der Herzschlag-Sensor deckt Feinde in der Nähe auf Mit Hardliner brauchen wir den Abschluss weniger für Abschlussserien Belohnung Da wird auf jeden Fall noch einen zweiten Paar davon geben, aber dann auf Rust Frau Rust Aha, Frau Rust Das Laden dauert mir schon wieder viel zu lang mit Aufnahme, ich hoffe das leckt auch nicht Ich lad mit Pornos runter, ne Ich render gerade nebenbei das Minecraft Hunger Games Und da das auf der gleichen Festplatte rendert, weiß ich nicht wie das legen wird Ob das überhaupt legen wird oder ob das nur flüssig mit 60 läuft So wie eigentlich gewohnt Starte! Starte endlich das Spiel, du Wohrensohn Darf ich nicht rumschreien, sonst kommt die Oma Ha, ha, ha Ha, ha Das kann doch wieder so machen, ich glaube das will heute keiner Das kommt nur bei MW3. Wenn überhaupt wieder irgendwann MW3 kommt. Hört man eigentlich mal einen Ventilator? Nö. Oh gut. Nein, du Verschleitung der Serververbindung. Wie? Verarsch doch nicht. Doch. Boah, das gibt es ja nicht. Warte, ich lade dich nochmal. Warte auf Gruppenführer, Herr Führer. Der Führer! Zu Spiel einladen. Ich hab dich jetzt mal eingeladen, ich bleib hier einfach mal an der Pursie hocken. Ich hab ja Zeit ausgemacht, das ist ganz gut. Du kommst rein, Zuschauer. Ich guck erst, wo du bist und dann steig ich ein. Ja, genau. Ich nehm mal ein Opfer. Du nimmst ein Opfer? So, jetzt ist er drin, jetzt kann ich mich auch mal bewegen. Ja, es läuft nur mit 45. Aber ich glaub, das ist noch akzeptabel. Bei mir läuft es mit 1.000.000 FPS. Ja, du. Mit deinem komischen Überzocker-Laptop. Nein, ich hab keinen Laptop, ich bin gerade an mit guten T-T. Boah, du Lappen, der hat nicht gekriegt. Was? 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 Der war zwei Meter von dir weg. Boah, Alter, durch das Teil. Boah, Hardscope. Hardscope, Noob. Boah, das hat gerade eben voll bei mir geleckt, Alter. Der PC ist halt so schlecht. Der hat doch bloß 1.000 Euro gekostet. Los. Alter, wie du dich hier bewegst, ne? Das ist voll schlimm. Bei mir leckt das kurz immer wieder. So ein Kackpitzel, ich will 9. Was? Jetzt warte. Oh, warte, Leute. Boah, jetzt kommt... Boah, äh... Äh... Ja, es hockt ja da, Alter. Ja, ich... Was machst du? Warum machst du das? Gibt es einen Grund, warum du das machst? Taktisches Warten. Wo bist du? Habe ich's gewusst, dass du da drin hockst. Was soll denn das? Du aimst mich gerade schon wieder an, ne? Meine Mutter aimt dich an. Ja, meine Mutter aimt mich echt an. Was soll denn das? Töten. Fakt doch, der Aimbot aus. Ich kann so voll nicht snipen. Ich kann überhaupt nicht snipen. Ich auch nicht. Was meinst du, warum wir das hier gerade machen? Ich seh dich. Nein, du siehst mich nicht. Hinter dir. BAM! Voll in Klöten weggeschossen. Oh. Jetzt macht er gleich Rage-Quid. Das war mein Kopf. Ah, dein Kopf. War das ein Headshot? Was? Nein. Ich hab mir Kopfgegert anknallt. So. Ich hab dir voll in Klöten weggeblasen. Schwach. Ah. Ah, nein! Geh weg von mir. Was? Ja. Wurfmesser. Was machst du mit deinem... Hack-Dank! Achso, okay. Guck mal. Ah, haha. Hä, hä, hä. Kevin? Na? Weißt du, wie man ein Aimbot aktiviert? Für alte 4? Ich... Ja, wollte ich gerade eben aussagen, alte 4. Hast du auch einen Waffler geworfen? Ja! Hahaha! Von unten die Eier weggesch... Oh. Kopierte Klasse. Toll, das bringt dir voll viel, wenn du meine Klasse kopierst. Mit dem... Ach, das ist doch gar nicht. Doch, mit dem Trittbrettfahrer. Echt? Hab ich's gemacht? Ja, wenn man da, äh, bei Trittbrettfahrer ist das so. Wenn man... Nein! Wenn man da so eine Todesserie erreicht hat, dann wird die gegnerische Klasse kopiert. Ey! Ach, das kann sein, weil ich auf die Tarte zugeschlagen hab. Na, das ist, das ist normal bei Trittbrettfahrer drin. Kommt aus dem Kackbunker raus, Alter! Ich hab dir meine Bomberra mitten in Berlin. WTF? Wie kommst du da raus? Oh, geh weg, du Lappen. Messern erlaubt, so. Mach Messern erlaubt? Ja. Hab ich grad eben so beschlossen. Wenn du direkt neben mir stehst, kann man nicht viel machen, außer dumm rein sprayen. Da ist Messern ein bisschen sinnvoller. Ab sofort ist Messern erlaubt. Pass auf, jetzt macht er gleich einen Ragequid. Nein, er hebt mich an! Ich seh' ihn alle halbe Stunde und zieh' ihn nicht. Spätestens, wenn ich dir ins Gesicht geguckt hätte, hättest du einfach abdrücken müssen. Da hätt' ich mich voll aufgeregt, da hätt' ich gedacht, war so ein scheiß Kämpfer. Warlhack! Warlhack! Ja, genau. Hä? Warte, wo bist du hin? WTF? Wie kommst du hinter mich? Bist du hin am Auto rum, oder was? Warlhack! Ja, du? Ja. Achso, okay. BAM! BAM! Headshot! Ja, ne, doch nicht. Mann! Wo bist du denn? Ey, der ist so ein Kämpfer. Der ist so ein Kämpfer. Der ist so ein Kämpfer, ey. Nee, nee! Du lass' das! Du alle! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja, wohin denn? Einfach hinter... Nee, vor mich. Ja, wo bist du? Schieß, dann komm ich zu dir. Nein. Dann machst du mich wieder kaputt. Möchtest du mal gegen den Mark Walther zocken? Hab ich schon. Das ist schlecht, gell? Ja. Nee, ich hab... Mann, du Kämpfer! Hör mal auf zu campen jetzt! Das ist voll langweilig. Das ist taktisches Warten. Drei Minuten lang. Nein, nein, das ist voll langweilig. Was? Campen. Sag ich doch. Weil der Mark wieder abgeht. Ja, ich hab aber gegen den... Ich hab... Äh... Vier Kills war ich dann am Ende nur hinter dem. Auf Rust. Verrust? Ja. Taktischen... Taktisches Kevin nennt. Achja, ja, okay. Hast du eigentlich noch Dabste? Ja. Ich weiß, ne? Nee. Voll durch die Hüfte. Voll in die Popperze. Nee, Hüfte. Popperze gibt es hier nicht. Das ist Gronkh nachmachen. Gronkh nachmachen ist... Was denn? Popperze. Das hab ich noch nicht von Gronkh. Das sagt aber bestimmt wieder einer. Der sagt dann... Nee, ist von Gronkh gekla... Ey! Du Pfeffer! Wenn wir jetzt irgendwas von Kohle sagen, dann müssen wir's auch Gronkh nachmachen. Kohle, Kohle, Kohle! Gewinn, das geht immer geschützt sein. Schamfrage. Boah, hör doch auf zu campen, du Lappen! Das ist ein Campen! Doch, das ist... Ich seh, dass du kommst, dann hätte ich den Tindersberg von der Welt, ziel ne halbe Stunde auf dich. So, ja, okay. Kann ich nicht verstehen. Der, 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 der zielt mich schon wieder an. Vom anderen Ende der Welt zieht er mich schon wieder. Mhm. Und zielt direkt in meinen Kopf schon rein. Bevor ich überhaupt anfangen kann zu schießen, ist er schon in meinem Kopf drin. Gott, was bin ich für blöd! Jetzt seh ich dich da schon ne halbe Stunde rumlaufen und freffe auch nicht. Zweimal. Das ist doch... Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Den hab ich aber nicht getroffen. Nee, nee, das war nicht getroffen. Mitten in Berlin. Mitten in Berlin. Nicht schießen! Nein! Nicht gut! Nein! Halt, stopp! Lackerniff! Oh! Hahaha! Hat das Messer fast getroffen? Was? Hat das Messer dich fast getroffen? Äh, doch. Äh, doch, ja, doch. Lackerniff! Ich seh... Ich seh dich doch, Kevin! Ich seh dich doch! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich... Ich möchte das nicht... Da drin ist... Da drin ist Rauch. CC. Okay. Bam! Nein! Nein! Dann will man einmal kämpfen und dann... Dann will man einmal kämpfen! Einmal! Jetzt kommt die dramatische Musik schon wieder. Wir verlieren diesen Kampf! Ah, wo jetzt Wurfmesser auch ist! Ich glaube, ich spiele jetzt an Super Mario. Macht viel mehr Spaß! Das kannst du wenigstens! Das gewinne ich wenigstens! Fuck! Ich wollte auch! Auf den Controller bin ich besser! Ja, du... Aber nicht im Snipen! Hm! Hm! Ey, du Lappen! Aber man hat das Wurfmesser in deiner Abschusskamera gehört, ganz kurz! Das war also ganz knapp! Super! Das Wurfmesser! Apropos, das Rauschen, das kommt nicht von mir, das kommt von ihm! Batz! Ach, da warst du! Das ist nicht mein Headset! Wenn mein Headset rauschen würde, dann wäre irgendwas ganz, ganz... Falsch in der Welt! Warte, 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 warte! Besser! Ja, ne! Fuck! Geh weg! Geh weg! Lass mich! Ah! Den Kill musst du sehen! Ne! Hab ich schon längere gedrückt! Ich versuch Last Nice! Karine? Hallo! Nein! Nein! Das wäre sowieso nicht Last Nice! Das wäre auch nicht Last Nice! Boi! Ne! Das mache ich nicht so einfach! So einfach nicht! Nein! Ich hätte mich, ich hätte mich nach links und rechts bewegen müssen! Ich hätte mich nach links und rechts bewegen müssen! Ja! 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 Nein! Ich Töde dich nicht so einfach! Nee, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Scheiße. Ich hätte gedacht, das ditscht am Türrahmen ab. Hm. Auf Glück reinrotzen und versuchen, was zu treffen, aber der ist sicher nicht drin, der ist bestimmt vorne rausgejumpt. Oder hockt eben noch da? Oder? Ach, das ist mein Messer. Wo ist der hin? Oh nein! Ich erschrecke mich da immer. Ja, das nur du. Zu den Sieg! Oh, ups. Wow! Das ist ganz knapp an mir eingeschlagen, das Wurffest. Ich hab das gerade eben random in die Luft geworfen. Als ich wieder gespawnt bin, da ist das neben mir eingeschlagen. Ich hab mich was selber gekillt. Jetzt muss ich mich langsam mal ein bisschen ranhalten. Nicht, dass der noch ein bisschen mit mir ans Spielchen spielt. Ey. So ein Camper-Spielchen. Ich kann das nicht. Ich versuch lieber nicht Last Nice. Das kann ich einfach nicht. Was würdest du machen? Last Nice. Geil. Schaff ich aber nicht. Dazu bin ich viel zu schlecht. Und dafür, dass so zwei jetzt, wir zwei auf dem Server sind und ich nur gegen dich battlen kann, da... Ich sag natürlich... Machen wir nach, Multiplayer. Was bist du denn, du? So ein Wallbang mit einem Wurfmesser schaff ich. Oder so ein Roofbang mit einem Messer. Das ist alles okay. Was ist so ein Teufel? Ja. Verstehst du alles nicht? Das ist zu hohe Physik. Dort war da auf dem Berg drauf, natürlich. Nein, war ich nicht. Nein! Dass du immer lügen musst, Kevin. Also Leute, ich werde dich auf jeden Fall verlieren. Muss nicht sein. Ich meine, du brauchst nur noch einen Kill. Ja toll, du brauchst noch zwei und du campst dich ja... Scheine ab, ey. Das ist nicht campen, das ist gucken, bis du da bist. Gucken, bis du da bist und dann schießen. Das ist sehr, sehr toll. Natürlich. Das war mir so klar. Ich habe jetzt gedacht, ich sehe dich da, wie du da leichtsinnig unten rumrennst und denkst, Boah, jetzt kriege ich hin! Ja, das war doch nicht so. Töte es mich gleich. Was läuft da eigentlich bei dir im Hintergrund? Deine Mura! Das war so klar. Der war da hinten in der Ecke, pass auf. Sie war die ganze Zeit hinten, hinter dir. Ja, der war da hinten in der Ecke. Ja, das war mir so klar. So Leute, ihr seht doch mal, wieso Camper spielen. Habt ihr das ganz genau gesehen? Ja, campen. Campen, das ist besser. Mhm. Campt euch einen ab. Da werde ich euch jedes Mal beleidigen. Das war aufs Übelste. So, privat Match weg. Äh, MW2D installieren. Ragequitsch. 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 So, dann bedanke ich mich zu gucken und bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es noch eine Folge, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht mit dem da, weil der campt mir ein bisschen zu viel. Hm. Vielleicht auch mit dem da. Mit dem Apfel, mit dem dicken. Der dicke Apfel. Hm. Äh, ja, warte mal. Nähة Hölle Babel. screen Uh.